Leute, ich glaube, wir schaffen es nicht in die Zone. Also, ihr schafft es nicht. Nein, ihr sterbt gerade an in der Zone. Nein, ihr schafft es auch nicht. Und ja, Leute, heute gibt es ein Solo Fashion Skin Contest. Irgendwie so. Ja, Leute, ich weiß, das ist gerade irgendwie ein Trend. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe mir auch ein heftiges Skin genommen. Ich meine, besseren Skin gibt es eigentlich nicht, oder? Sagen wir mal ganz ehrlich. Guckt euch diese Perfektion an. Perfekt. Und Leute, falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr es natürlich gerne machen. Ihr müsst mich einfach nur in einen alten Shop eintragen. So, wie es da gerade steht. Und es ist nach 14 Tagen erneuert. Und ja, ich werde natürlich dadurch unterstützt. Ich kriege mein Geld dadurch. Also, ich bin, äh, Hashtag Epic Partner. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde. Ich hoffe, ihr seht nicht alle so hässlich aus. So, okay, erste Runde, Leute. Wir gehen nach Soty Springs, weil das relativ nah in der Mitte ist. Und wir dann immer Zeit haben, in die Zone zu gehen. Haha. Okay, ich würde sagen, wir gehen. Okay, also, die Skins werden nach meiner Meinung beurteilt. Also, wenn mir der Skin gefällt, kommt er weiter. Wenn nicht, dann nicht. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Es könnte sein, dass euch ein Skin mega gefällt. Aber mir nicht. Und der nicht weiterkommt. Deswegen seid nicht sauer auf mich. Das ist einfach nur meine Meinung. Mal gucken, wie es ausgehen wird, ne? So, alle Mann, bitte ganz kurz alles looten. Und bitte bringt mir eine schöne Waffe. Damit ich euch mit der Waffe abschießen kann. Das wäre sehr nett. Ja, und ich warte hier so lange auf den Stuhl. Los, meine Arbeiter. Macht alles für mich. Arbeitet für mich. Ich warte in der Mitte bei Soty auf der Straße, ne? Ah! Oh, Jesus. Ich bin voll erschrocken. Du, du, du. Okay, Leute. Alle jetzt zur Straße kommen. Alle auf den gelben Strich gehen. Und dann gleich erst droppen. Okay, wenn ich sage. Alle auf den Strich gehen. In Richtung... Weeping Modes gucken, okay? Und jetzt bitte ganz kurz einfach mal alles droppen, was ihr habt. Und nichts einsammeln, okay? Alles droppen. Oh, oh, da. Okay, du bist schon mal weiter. Viel Spaß. Oh, geil. Oh, ja. Oh, das ist so lecker. Okay, okay. Ich gehe jetzt nach vorne. Ah, das habe ich gesehen. Geiles High Five. Wir gucken, wie sie alle einen High Five wollen. Okay, kurz High Five Runde. Kurz High Five Runde. Ja, einmal ganz kurz alle High Five. Zack, easy. Geil. Super. Hier ist auch nochmal ein High Five. Okay, okay. Das reicht. Genug High Fives. Ah! Genug, genug, genug. Hier versammeln sich dann die Gewinner, falls es Gewinner gibt. Das ist die Wand, okay? Erster Skin, vortreten. Bitte geh durch. So, erster Skin. Und das ist für mich ein absolutes... Ja, das ist ein Go. Das ist ein Go. Finde ich doch okay. Nächster. Nee. Ich bin sehr strenger, okay? Weiter. Nächster Skin. Nächster Skin. Drei. Zwei. Jetzt komm hierher. Komm. Okay, bewegst du dich nicht. Oh. Rest in Peace, Buddy. Nächster. Müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Gefällt mir weiter? Du weißt nicht. Ja. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Ja, doch, doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Schon wieder ein Hase. Ja, doch. Gefällt mir auch. Der Skin, finde ich, ist der... Alter, der hässlichste Skin. Siehst du, Alter. Ist, tut mir leid. Ist, tut mir leid. Florian, sorry. Ja, doch, doch. Ja, geht, geht, okay. Alter, das ist so eine lange Schlange, ne? Oh, da. Gefällt mir weiter? Es ging schnell. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber der Skin passt an sich von der Kombi sehr gut. Aber der ist halt irgendwie so übelst hässlich, ne? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, du entschuldigst. Es tut mir leid. Das Skin ist halt auch nicht so schön, aber die Kombi ist halt... Das mit dem Rückending und dem Streifen, das ist halt... Ausnahmsweise. Geh, bitte, geh durch, schnell, geh durch. Bevor ich mich so anders... Sprachenlernen, Bubble. Nächster. Gefällt mir weiter. Weiter. Hello. Gefällt mir nicht so. Sorry. Okay. Gefällt mir. Ja, ja, doch. Ja, nächste Runde fliegst du wahrscheinlich raus, tut mir leid. Gefällt mir. Ah, du hast gerade Angst, ne? Ja, ja, du hast gerade Angst. Ja, doch, gefällt mir. Ey, das passt auch ganz gut. Ich komme mit der Waffe. Alter, die Waffe... Oha, leid. Weiter. Oh ja, das... Hä, ihr seid safe... Ihr seid safe Partner. Okay, kannst weiter. Zu deinem Freund. Seid bestimmt Freunde. Ich weiß, das sind noch so viele. Ich muss jetzt schon ein bisschen strenger werden. Gefällt mir nicht. Ich muss ein bisschen strenger werden, Leute. Gefällt mir. Puffo, du darfst weiter. Ich muss... Ich glaube, ich muss strenger sein, oder? Ich glaube, ich muss viel strenger sein. Ja, das weiter. Okay, jetzt würde ich wirklich streng. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht, okay? Bats. Gefällt mir nicht. Weiter. Bats. Gefällt mir nicht. Weiter. Gefällt mir. Weiter. Drehen, drehen, drehen. Dreh dich. Ja. Gefällt mir nicht. Weiter. Kein Rückenteil gefällt mir nicht. Zu langweilig. Das Rückenteil passt, aber die Spitzhacke, finde ich, ist nicht so passend. Tut mir leid. Waren das alle? Was machen die hier hinten? Achso, er will weiter, aber er kann nicht weitergehen wegen den anderen. Okay, der Skinny vorne ist, glaube ich, weg. Und du darfst, ähm... Du darfst weiter. Okay, nächste Runde. Steht euch wieder in die Schlange. Richtung Süden. Also in die selbe Re... Also nach der... Ja, einfach in die Schlange stellen. Okay, ich stelle euch in die Schlange. Diese Runde, Leute, müsst ihr ein Emote machen, okay? Diese Runde macht ihr ein Emote. So, jetzt bin ich doppelt und dreifach so streng. Wenn mir der Skin wirklich nicht gefällt, dann macht's peng, bumm, und dann seid ihr tot, okay? Erster Skin darf eintreten. Gefällt mir nicht. Oh, 99. Ja, doch, du darfst weiter. Aber nur, weil du 99 Schaden bekommen hast. Nur der... Ah, jetzt geh. Geh oder du wirst abgeschossen. Geh oder du wirst abgeschossen. Geh, geh, geh. Okay, nächster Skin. Emote machen. Ja, doch, das passt. Weiter. Ja, nächster Skin. Jetzt muss was mit Schnee kommen, ne? Nee. Nee, das passt nicht so, finde ich. Ja, doch. Doch. Mhm. Elsa, du darfst weitergehen. Elsa, du darfst weitergehen. Aber jetzt nicht singen, okay? Nuwo gehen. Nicht singen. Hm, ja, doch. Es passt halt zum Skin der Tanz, ne? Ich hab zwar keine Musik, aber ich hab da jetzt tolle Musik eingeblendet. Das weiter. Ich bin gar nicht so streng. Ja, ich muss strenger sein. Okay, jetzt hau was Dickes raus und du wirst abgeschossen. Hält mir das oder gefällt mir das nicht? Ich bin sehr schlimm bei so welchen Sachen, Leute. Nee. Gefällt mir weiter? Oh, nee, mal gehen wir langsam in die Zone, okay? Oh, schatz. Wir gehen erstmal kurz in die Zone. Ja, wir gehen in die Zone. Shit. Ich hab... Ich kann mir nicht merken, welche weiter sind, welche nicht. Alle, die weiter sind, gehen bis zum Truck nach hinten. Alle, die nicht weiter sind, bleiben hier vorne beim Truck stehen. Ja, das passt wirklich gut. Weiter. Hau was raus. Nein. Hau dir nicht. Nächster Skin. Weiter was raus, sonst wirst du... Nee. Nee. Weiter. Nee, weiter. Okay. Müssen wir schon richtig weghauen, Naruto. Nee, das passt nicht ganz so. Ja, das weiter. Sorry, sorry. Nee, das passt nicht so, finde ich, Bruder. Hau was raus. Nee, das passt mir jetzt zum Robo... 99, man kennt's. Hase. Ah, ah. Weiter. Hase. Nein. Nächster. Du weißt, du gehst extra. Oh, hier gibt's richtig Mühe. Okay, lass weiter. Mammut. Es tut mir leid, du hast einen coolen Skin, aber was wird jetzt... Okay, Leute, erst neben noch 29. Also wir machen jetzt auf einem kleinen Raum nochmal ein Dings, okay? Verteilt euch irgendwo unten auf dem Boden. Am besten vor mir in Richtung Norden. Alle da auf dem Boden verteilen, stellt euch sehr eng aneinander. Und jetzt entscheide ich nochmal, welches Skin ist mir wirklich gefahren und welche nicht, okay? Jetzt kommt das wirklich harte. So, du da hinten, du gefällst mir nicht. Es sind zu viele Hasen. Alle Hasen mit dem Rücken zu mir drin. Wir drehen alle Hasen. Dreh dich um. Dreh dich um. Jetzt muss ich entscheiden, welche Hasen mir am besten gefällt. Tut mir leid. Es tut mir leid, Hasen. Es tut mir leid. So, Leute, jetzt gehe ich nochmal durch und jeder macht jetzt nochmal ein Emote. Tut mir leid, Hase. Nee. Nein. Nein. Das gefällt mir. Wolfskin hier vorne. Ist ganz cool, aber Kopf ist zu nah, Leute. Wolf darfst weitergehen. Roboter hier vorne auch. Roboter weiter. Okay, ich bin ein bisschen zu nett, ne? Du, hier vorne in Gaper ist weiter. Baum darf auch weiter. Baum, Baum, Baum. Geh weiter. Soll es eigentlich weitergehen? Okay, es wird ein bisschen enger. Aber äh... Äh... Geh weiter aus. Äh... Nein. Genau nicht. Nein. Okay. Ihr seid wohl die Finalisten anscheinend. Ich habe einfach auf entspannt alle gekillt. So. Was gefällt mir davon am besten? Was ist am besten? Von der Kombo und allem her. Du bist raus. Du... Auch leider. Wolf, auch raus. Ihr beiden hatten mir die beste Kombi irgendwie. Jetzt macht beide nochmal einen Tanz. einen Tanz ja am besten zu euch. Ah, Junge. Okay, jetzt Roboter. Tut mir leid, Roboter. Das hat nicht so gepasst. Du und ich. Wir beide sind weiter. Geil. Kannst du mich töten? Okay. Der Gewinner ist Lukas. Lukas ist der Gewinner. VKZ Lukas. Ja, das ist der Gewinner. Tut mir leid, Leute. Ich war viel zu nett die ganze Zeit. Und ich dachte, ich bin schon voll streng. Zweite Runde. Okay. Diese Runde ist ein bisschen anders. Und zwar müsst ihr ein besonderes Thema haben. Wenn ihr kein besonderes Thema habt, dann seid ihr schon so gut wie raus. Ja. Alles gut. Und dann wieder eine Straße stellen, bitte. So. Ein besonderes Thema. Da bin ich mal gespannt, was ich für ein Thema habe. So. Erst das Kind durchtreten. Ich sehe, dein Thema ist Weihnachten. Das lasse ich durchgehen. Bitte geh über die Treppe rüber. Und geh in das komische Gebaute. Nächster Skin. Thema Zombies, denke ich mal. Und Tote. Gefällt mir. Das weiter. Nächstes Thema. Thema Wolf, ne? Ich finde, das Ding passt nicht. Das Rückenteil. Thema... Ich finde das Thema nicht. Oh, dein... Ich habe keinen passenden Namen für dein Thema. Oh, dein Rückending passt nicht zu 100%. Doch, das weiter. Thema Wein. Ah, Backbring passt mir nicht ganz so. Es war okay, aber nicht perfekt, finde ich. Ja. Nein, ich muss streng sein. Ich muss streng sein. Oh, oh. Streng sein. Banane. Das weiter. Passt. Ja, doch. Mhm. Passt. Gefällt mir. Brauchst keinen Emot machen. Ich möchte deine Spitzsacke sehen. Mhm. Mhm. Nee. Tut mir leid. Thema... Das ist halt... Das ist halt Thema hinausgehen. Das muss ich irgendwie jetzt durchgehen lassen. Aber das... Es ist so dumm, aber doch so kreativ. Einfach ein Nosekin nehmen mit einem Nosekin-Spitzhackel. Zwar kein Blackbeam drauf, aber es passt halt sehr gut zum Filmen. Das weiter. Es ist halt einfach so dumm, Leute. Thema Mammut. Nee. Weiter. Jo, was ist das für ein Pickaxe? Alter, ist ja riesig. Ja, doch. Das weiter. Auch wenn ich das Thema nicht ganz finde. Das Thema passt. Ja, das Thema passt. Das Thema passt. Das weiter. Nächster Skin. Das Thema gefällt mir sehr gut. Ja, das weiter. Cool. Ich wusste nicht mal, dass es den Skin gibt. Schrotteimer. Ja, das gefällt mir. Das weiter. Und du bist nicht weiter. Tut mir leid. Nächster Skin. Du gefällst mir relativ gut. Aber deinen Backing... Guck mir nicht. Und jetzt nacheinander hier reinstellen und dann durch die Tür gehen. Ich kann kein Deutsch heute. Holy shit. So, jetzt mach bitte ein Emote. Jetzt kommt die Emote-Runde. Ein Emote machen. Ja, du mach ein Emote. Ein Emote. Emote, tanzen, irgendwas. Ja, du gefällst mir das weiter. Oh, das wird jetzt schwer. Das passt nicht so ganz, finde ich. Nächster Skin. Jetzt machen... Oh, das wird schwer, oder? Doch, das passt. Das passt. Das passt. Ja, Bahama-Mama-Banana. Gefällt mir. Nächster Skin. Mal schnell. Tut mir leid. Nächster Skin. Was wird das? Ach, das soll ein Einbruch machen, ne? Ah. Oha. Okay, das ist gerade eh. Wie verstehst du denn das? Das ist ein Einbruch. Okay. Nose Skin. Ja, es kommt der Nose Skin-Tanz. Das weiter. Irr, Mann. Okay. Oh, das Skin-Kombi passt so gut. Doch, doch, das passt. Ja, doch. Oh, ja, das ist sehr gut. Gefällt mir. So. Jetzt nochmal. Jetzt werde ich noch ein bisschen strenger, okay? Ne, ich sage... Da soll ich treten. Mach doch mal ein Emote oder eine Emote-Kombi, wenn es geht. Kämpfen. Okay, mit. Tanzen. Ah. Tut mir leid. Ah, du warst nicht schlecht, aber... Baum. Komm, hauen. Okay, du bist... Ah, ja. Ein Baum. Und, was noch? Ah, Bruder. Ja, okay. Und Toter. Und Toter ist Monster. Und Toter ist Monster. Was macht das Monster noch? Nur Monster sein? Nur Monster sein? Kannst du nur Monster sein? Kannst du nur Monster sein? You did. Kill me. Nose Skin. Was kannst du? Das reicht. Nose Skin ist schon mal weiter. Oh, Junge. Das ist so schlecht, aber auch so gut. Okay. Die letzten drei. Das macht nochmal alle irgendwie was Besonderes. Und ich gucke euch alle an. Seifenblasen. Ja. Passt ein bisschen. Ja, das ist okay. Das ist gut. Fußball. Ja. Das ist auch gut. Und Basketball sogar. Oh, Nose Skin. Ey, komm. Leute, er macht einen Nose Skin Tanz. Das kann man doch kaum überbieten, oder? Seien wir mal ganz ehrlich. Ey, wie will man das überbieten? Oh, Gott. Schwere Entscheidung, Leute. Ich kann mich halt echt nicht entscheiden. Der macht halt einfach einen Nose Skin Tanz. Okay. Ich würde sagen, also Fußball ist halt, ist jetzt raus einfach. Der Skin gefällt mir. Oh, das ist halt schwere Entscheidung. Aber, ist halt Nose Skin. Im Herzen habt ihr die anderen beiden auch gewonnen. Okay, Nose Skin. Nein, der Skin davor hat gewonnen. Der zweite Skin hat gewonnen, weil ich kann Nose Skin natürlich nicht gewinnen lassen. Auch wenn es am witzigsten ist. Nose Skin ist einfach, der musste für mich als letztes überleben. Aber der Skin davor, den ich gerade gekehrt habe, ich habe den Namen vergessen. Aber, du hast gewonnen. Ah, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hey, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Skin Contest gefallen. Wenn ihr, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Es hilft unglaublich viel und dauert nur ein paar Sekunden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr noch mehr von so welchen Skin Contests sehen wollt. Vielleicht Duo oder sonst irgendwas. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und Leute, wenn ihr jetzt noch mehr Fortnite von mir sehen wollt, dann klickt da einfach rechts auf das Bild drauf. Da kommt ihr zu meinem letzten Fortnite-Video. Und links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht los seid. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.